«Uno ist für Erwachsene, Entschuldigung, Johnny.» «Das Kartenspiele.» «Das zeigt so, dass ich gerne Spiele spiele, dass ich gerne aber auch mal alles auf eine Karte setze im Leben.» «Aber es ist wirklich ein Kartenspiel-Spiel.» «Wie UNO für Erwachsene, wieso?» «Was heisst UNO für Erwachsene?» «Ich habe die Red Flag.»